Herzlich willkommen in Stepfershausen, das im Jahr 863 erstmalig in einer Schenkungsurkunde des Klosters Fulda als Starkfriedes Huson erwähnt wird. Im Wappen des Ortes sind die beiden weithin sichtbaren Türme zu erkennen, der Kirchturm und der Torturm, auch Hüter und Wächter genannt. Stepfershausen heißt nicht ohne Grund das Dorf der Brunnen, denn es verfügt über 13 historische und noch heute funktionierende Dorfbrunnen, die früher der Wasserversorgung der Bewohnerinnen und Bewohner und als Viehtränke dienten. Wir nehmen Sie mit auf eine interessante Reise durch unser kleines Dorf mit seinen vielen Brunnen und wunderschönen Fachwerkhäusern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017